Alles klar, ich nehme schon mal die E-Pass, Marschverfleo, die sammle ich schon mal ein. Mhm, und den Zwieback nicht vergessen. Natürlich, ich weiß auch, wie sie den lieben. Ami hatte letztens so einen Durchfall. Bitte was? Ja, weil du keinen Zwieback bekommen hast. Das kannst du dir doch nicht erzählen, oder? Warum denn nicht? Wir sind jetzt eine große Panzerfamilie. Wir müssen auch mal Gruppenhacking machen hier, ne? Alle zusammen und jetzt sich umarmen. Los. Oh, das bündelt, das schweißt uns zusammen. Oh, Gott. Shadow, bereit für einen kleinen Test? Sehr gut. Ich mache den Test aber dann, wenn du nicht bereit bist. Okay. Neuer Kontakt, links, 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 links! Weiter, 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 schneller, schneller, schneller! Schneller, oh Gott, was ist das denn? Stopp, da ist er, da ist der Kontakt, ich war ein Hase. Mann, das war aber langsam. Habe ich nicht deine Baustelligung gesehen. Was ist los? Ja, was ist los? Ach, Olium testet seine Kuh, wie schnell die reagieren können. Gesamter Zug, Linienformationen, Richtung 220, 40 Stundenkilometer. Ratefahrer. Oh, jetzt los, jetzt los. Das war's Ian! Oh. Oh! 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 Hoch! Oh! Yeah! Untertitelung des ZDF, 2020